In der heutigen Folge zu Gast habe ich Tore Friedrichs. Als Trainer und Coach zieht er mit seinen Auftritten heute unter anderem große Unternehmen bis hin zu Bundesligisten in seinen Bann. Als Hauptschüler gestartet, steht er heute auf großen Bühnen und begeistert bis zu 10.000 Menschen. Hört euch einfach seine Geschichte an und wir wünschen ganz viel Spaß. Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im konkurrenzlosen Talk und auch heute wieder mit begleitend Video, weil Spotify natürlich eine neue Funktion hat und wir das ausnutzen wollen. Ich habe einen neuen Gast neben mir sitzen. Herzlich willkommen, Tore Friedrichs. Dankeschön. Schön, dass du heute bei uns bist. Besten Dank. Und bevor ich dich großartig vorstelle, den Zuhörern und Zuschauern, stell dich doch einfach mal selber vor. Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Tore Friedrichs. Ich bin 34 Jahre alt, gebürtiger Oldenburger. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann von 2007 bis 2010 und war dann im Anschluss für viereinhalb Jahre in einem sehr, sehr verkaufs- und kundenorientierten Fitnessclub in Oldenburg tätig, im Impuls Fit und Gesund in Oldenburg, wo man alles von der Pico auf über das Thema verkaufen lernt. Und da ging die Reise dann los, bis dahin, dass ich jetzt aktuell mittelständische Unternehmensschule, Bauunternehmen, Immobilien, Versicherung im Bereich Vertrieb. Geil. Wie kam das damals? Also du hast nochmal Schule gemacht und hast dann entschieden, boah, ich möchte irgendwie im Bereich Sport meine Ausbildung machen. Und dann bist du so reingeschlittert oder stand von dir schon lange fest, du willst in den Bereich? Das stand schon relativ lange fest. Also bei meinem Werdegang war es so, dass ich damals kein guter Schüler war. Ich war damals auf der Hauptschule und mir wurde als Kind eine Sprach- und Entwicklungsstörung festgestellt. Und du musst dir vorstellen, wenn dir sowas festgestellt wird, dann wird dir auch eingetrichtert, unbewusst. Ey, du kannst nicht richtig sprechen und auch nicht richtig schreiben. Und das habe ich dann über viele Monate, hatte ich das so dann, oder auch über viele Jahre mir herumgetragen. Und dann war eine Situation in meinem Leben, die sehr, sehr ausschlaggebend war, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Das war keine schwierige Zeit, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Das war der Tod von meinem Vater. Da war ich ja 15 Jahre alt. Mein Vater war mein absolutes Vorbild. Und als mein Vater gestorben ist, war es so, dass ich immer relativ lange mit dem Finger auf meinen Vater gezeigt habe und gesagt habe, ich bin nicht da, wo ich hin will, wegen dir. Und das ist grundsätzlich immer ein sehr, sehr falscher Weg, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen und zu sagen, ich bin nicht da, wo ich hin will, wegen dir. Und eine Sache hat mir damals, ich sage mal, ja schon viel gerettet. Das war sozusagen, dass ich damals sehr leistungsorientiert Handball gespielt habe und darüber habe ich eine Ausbildung angefangen zum Sport- und Fitnesskaufmann. Ah, okay. Und so ist dann die Geschichte. Krass. Ja. Also Handballsport war dann bei dir quasi sehr aktuell, sehr brennend. Richtig. Und dann hast du gesagt, oh, wenn ich das schon als Sport mache und das nicht schlecht, dann möchte ich in dem Bereich auch eine Ausbildung machen. Ganz genau. Dann bietet sich das natürlich an. Ja, so ist das. Wie war deine Ausbildungszeit? Mal so als Azubi gedacht? Die Ausbildungszeit war tatsächlich richtig cool. Hat Spaß gemacht. Ich wurde nämlich nach zwei Monaten, wurde ich zu meinem ersten Verkaufsseminar geschickt. Fitness, professionell verkaufen Teil 1. Damals noch über die Inline-Akademie in Hannover. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ey, ich habe richtig, richtig Bock. Und da habe ich dann auch eine Person kennengelernt. Das ist mein Mentor, ist Mike Diersen. Und Mike, er kannte damals mein Talent und wurde mir an, nach erfolgreichem Abschluss meiner Berufsausbildung in seinem Club in Oldenburg zu arbeiten. Und ich war nicht der klassische Trainer, sieht man ja auch. Ich bin nicht so im Körperfettanteil 5%. Ich kann eine Sache sehr gut und das ist Verkaufen. Und darauf habe ich mich voll und ganz fokussiert, andere Menschen zu begeistern, im Schwerpunkt Kommunikation, dass ich mich in diesem Bereich gut aufstelle. Und da habe ich mich hineingekniet, ganz genau. Und dementsprechend war die Ausbildungszeit der Hammer. Ich habe ausschließlich nur verkauft. Voll gut. Und was hast du dann quasi verkauft? Ich meine, gut, im Fitnessstudio gibt es wahrscheinlich einige Sachen zu verkaufen, aber was war so dein Alltag, wenn du in so einem Kundengespräch warst? Du musst dir vorstellen, das ist ein Premium-Fitnessstudio gewesen. Da ging eine Mitgliedschaft, ein Monatsbeitrag ab 55 Euro aufwärts. Ein Starterpaket von 129 Euro, glaube ich, war das damals. Und das ist nicht so wie bei, ich sage mal, Discountern, wo eine Mitgliedschaft 15 Euro im Monat kostet. Du musst das verkaufen. Kommt auch ein ganz anderes Klientel rein. Ich sage jetzt mal so mit einem Altersdurchschnitt von 53. Und wenn Leute reinkommen in ein Fitnessstudio, die sind aufgeregt. Die kommen ja nicht mit einem Puls von 50 rein. Die können drei, vier Tage vorher nicht schlafen und sind richtig angespannt. Und da ist der Moment, dass du vom ersten Kontakt an die Leute abholst und sagst, unbewusst schon signalisierst, ey, das ist die richtige Entscheidung, dass du hier bist. Das heißt, die Kontaktaufnahme, die muss sitzen. Und dann bis hin zur Angebotspräsentation, eine klare Handlungsaufforderung. Weil ich erlebe das immer wieder. Viele Verkäufer sind gut in einer Kontaktaufnahme, in einer Bedarfsanalyse. Aber sobald es um die Angebotspräsentation geht, fangen viele Verkäufer schnell an zu reden. Reden zehn Minuten und der Interessent denkt auf einmal, ey, was ist mit dir denn los? Und ganz am Ende sagt der Interessent, ich muss mir das nochmal überlegen. Und der Verkäufer müsste eigentlich sagen, stimmt, müsste ich auch bei dem, was ich gesagt habe. Also viele stellen keine klare Handlungsaufforderung, mit welcher Variante wollen wir jetzt starten oder werden wir starten. Und das habe ich relativ schnell erkannt, dass man das machen muss und dann macht man auch Abschlüsse. Ja, cool. Wie hast du das erlernt? Also du hast deine Ausbildung angefangen, hast du gesagt, nach zwei Monaten bist du auf dein erstes Seminar-Workshop-Lehrgang gegangen. Wie lange ging der Lehrgang? Zwei Tage. Zwei Tage? Okay, so ein Intensiv-Lehrgang quasi. Okay, auch mit Fachtrainern und Trainern, den der dann gezeigt hat, auch in so einem Gespräch? Also habt ihr das nachgemacht oder war es eher so, ich höre es mir mal an? Das ist ja schon, das war 2007, war meine erste Schulung, die ich dann mitgemacht habe. Und das waren, ich glaube, eine Runde so von 13, 14 Berater, die dann da waren und dann werden auch Rollenspiele gemacht. Klassisch wird die Bedarfsanalyse durchgegangen, die Bedarfsfestigung, die Leistungskommunikation und natürlich auch Thema Einwandbehandlung. Wo auch die meisten Verkäufer scheitern, ich muss mir das nochmal überlegen, ich will mir noch andere Angebote anschauen. Der Preis, letztendlich ist es immer der Preis. Und darauf habe ich mich dann voll und ganz fokussiert. Und dann ist es so, dass ich nach den drei Jahren bei Mike Diersen, Raimund Giesen und Daniela Thümler im Impuls in Oldenburg gearbeitet habe. Und da ist es halt wirklich so von der Pike auf. Zwei Mal in der Woche nach Feierabend wirst du trainiert im Bereich Bedarfsanalyse, Bedarfsfestigung, Angebotspräsentation, Einwandbehandlung. Und das Thema aktive Weiterempfehlungen, wie man von bestehenden Kunden und von Neukunden weitere hochwertige Kontakte generiert. Und das ist einfach genial. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe viereinhalb Jahre da gearbeitet und da habe ich wirklich so viele Sachen mitgenommen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt hier sitze. Mega. Ich komme ja auch aus der Verkäuferschiene. Ich habe drei Jahre... Jedes Verkäufer. Jedes Verkäufer. Jedes Verkäufer. Jedes Verkäufer. Jedes Verkäufer. Jedes Verkäufer. Ich komme aus dem Bereich Automobilgewerbe, habe den Beruf Automobilkaufmann gelernt. Und bei mir gab es auch eine kleine Besonderheit, deswegen fühle ich das, was du sagst. Ich kenne die ganzen Prozesse noch, die Abläufe, weil so lange ist meine Ausbildung noch nicht her. Ich habe während meiner normalen IHK-Ausbildung zum Automobilkaufmann auch meinen zertifizierten Verkäufer gemacht. Und war ein Jahr lang auch auf Schulung. Immer eine Woche ging das. Und dann auch mit Trainer und auch immer im Hotel. Wir hatten dann Autos bei uns in der Messe, also in dem Verkaufsraum quasi stehen. Und dann haben wir einfach mal Hotelgäste dazu geholt. Und denen sollten wir das Auto dann verkaufen. Ja, super. Und dann wurde gefilmt und beobachtet. Und danach wird analysiert. Wir hatten Telefontrainings, Kaltakquise, kalte Calls. Alles, was dazu gehört. Deswegen fühle ich das gerade. Total, wie du davon erzählst. Wie wichtig das ist auch. Und eigentlich ist es super einfach. Also eigentlich ist es wirklich simpel. Wenn du den Weg kennst. Und wenn du von deinem Weg nicht ganz so weit abdriftest. Klar ist jedes Gespräch individuell. Du musst dich individuell auf jeden Kunden auch einlassen. Und ich glaube, du musst so ein gewisses Fingerspitzengefühl, um den Kunden anzufassen. Ich hatte das zum Beispiel irgendwann so. Ich hatte so meinen Dreh auch raus und wusste, mit welchen Kunden kann ich. Und mit welchen Kunden kann ich auch gar nicht. Und dann war ich auch so ehrlich zu mir und habe dann gemerkt, okay, manchmal muss man dann auch einen Schritt zurück gehen, um ans Ziel zu kommen. Und dann habe ich den Kunden einfach meinen Kollegen gegeben. Weil ich wusste, die matchen sofort. Super. Super. Und ich sage auch immer wieder, Verkäufer werden nicht geboren, Verkäufer werden gemacht. Das ist alles eine Sache von deiner Disziplin und auch von deinem Durchhaltevermögen. Ja, voll. Spannend. Wie war das? Du hast dann vier Jahre da im Fitnessstudio gearbeitet? Ganz genau. Genau. Und danach? Wie ging es weiter? Da habe ich dann relativ schnell gemerkt, ich will das, was ich gelernt habe, will ich an andere Unternehmen. Möchte ich das ganz gerne auch weitergeben. Und mein Steckenpferd, darauf habe ich mich auch spezialisiert, ist das Thema aktive Weiterempfehlung. Habe ich anfangs erwähnt, wie man von Kunden hochwertige Kontakte generiert. Weil das ist der Königsweg der Neukundengewinnung, ist die aktive Weiterempfehlung. Und ich würde mal sagen, 90 Prozent aller Unternehmen setzen es nicht konsequent um, eine verbindliche Empfehlung zu generieren. Und dann habe ich im Jahr 2011, da war ich 22, da habe ich mein erstes Unternehmen geschult mit 15 Verkäufern zum Thema aktiver Weiterempfehlung. Ich weiß es noch ganz genau, das war in Hamburg, hatte ich ein hellblaues Hemd an. Und dann habe ich immer diese Bewegung gemacht. Und nach zwei Stunden, alle haben halt immer schon so ein bisschen geschmunzelt und ich habe gedacht, was ist denn so los? Und ich habe immer diese Bewegung gemacht. Dann bin ich auf Toilette gegangen und gucke, so ein Altes war nass. Und das sind Erfahrungen, die machst du einmal. Das war grandios. Und das ging dahin, dass ich jetzt in der letzten Woche vor 400 Verkäufern einen Vortrag gehalten habe. Und letztendlich ging es dann weiter, dass ich einfach nur Praxiserfahrungen gesammelt habe. Ich war dann in Berlin für ein Fitnessstudio tätig, war dort als Sales Manager. Ich war für acht Mitarbeiter verantwortlich. Und dann war ich im Jahr 2015, glaube ich, war das für eine Unternehmensberatung auch tätig mit Sitz in Nürnberg, wo ich dann deutschlandweit unterwegs war, aber ausschließlich nur Fitnessstudios geschult habe im Schwerpunktvertrieb. Geil. Genau. Ich sehe das auch immer wieder und ich glaube, es gibt so eine Branche und da überlege ich ganz viel mit meinem Vater zusammen und der kommt auch aus der Branche. Und er sagt ja immer, weißt du, wo man eigentlich hätte gut schulen können oder müssen? Bei Tankstellen. Die versäumen so viel Umsatz, weil die Tankstellen mit dabei dann nicht richtig geschult sind. Richtig. Durch einen kurzen Smalltalk. Die Beate oder der Uli, der da hinter der Kasse steht, der braucht nur einmal kurz die Person, die reinkommt, kurz ein Lächeln schenken und sagen, hey, wie geht's? Alles gut heute? Da rechnet ja keiner mehr mit heute. Du gehst ja nur hin, Säule vier. Ja, Kart oder Bar? Payback? Ja. Tschüss. Ja, das war's. Das war's. Wenn ich jetzt den Snickers dahin lege, ja, den kassiert sie ab, aber dass sie mal aktiv drauf geht und sagt, hey, soll's noch ein Kaffee to go sein? Ja. Nein, kann man sich ja trotzdem abholen. Ja, richtig. Und wenn ich das bei 100 Kunden am Tag mache und davon aber 20 Kaffee verkaufe, ist doch geil. Richtig. So. Und genau so ist es und überleg dir mal bitte, wo werden wir heutzutage noch so richtig wahrgenommen? Wo? Ja. Beim Tanken nein, beim Einkaufen auch nicht. Ich werde alle zwei Monate so richtig wahrgenommen, das war gestern erst, das ist bei meinem türkischen Friseur. Da werde ich so richtig herzlich begrüßt, das ist so. Und du musst dir vorstellen, ich komme da hin, das ist für mich, vor drei Jahren habe ich immer noch regelmäßig meinen Friseur gewechselt. Und jetzt freue ich mich auf so einen Friseurbesuch. Guck mal, ich habe noch nicht meinen Bart, bei mir geht das wirklich zehn Minuten und alles ist fertig. Ich komme da hin, ich komme da hin und dann steht auf dem Display da, wir begrüßen heute um neun Uhr Tore F Punkt. Da denkst du dir, Hammer. Ey, und das ist der Grund, weshalb ich da hingehe. Das ist der Grund. Dann werden mir da die Haare geschnitten und der Chef, der Chef hat da so seinen festen Platz und er guckt dann immer so links rüber. Und wenn sein Mitarbeiter bei mir fertig ist mit den Haaren, dann kommt der Chef noch persönlich, nimmt die Schere an die Hand und sagt so, du könntest das da noch ein bisschen optimieren, aber hast du sonst gut gemacht? Und dann schneidet er nochmal so, fünf Sekunden hat er die Schere in der Hand. Aber das erzeugt bei mir so einen Moment so, wow, der Chef war nochmal da und hat es jetzt perfekt gemacht. Da kostet ein Haarschnitt 19 Euro, ich gebe immer 25 Euro. Die haben da nicht so einen kleinen, die haben Riesensparschweine da und die sind dran voll. Ja, das ist so. Und das ist der Grund. Und das ist der Grund, Fynn, dass diese Kleinigkeiten, was du gesagt hast, das ist der Grund, warum die so erfolgreich sind. Noch kurze Geschichte dazu. Ich war vor kurzem in Berlin. Mein Bruder wohnt in Berlin. Und dann sind wir abends essen gegangen und er meinte, komm, ich will dir meinen Dönerladen zeigen. Das ist in Berlin jetzt nicht so außergewöhnlich. Der wohnt in Berlin-Mitte und dann meinte er, dann sind wir weit gelaufen und ich habe ihm gesagt, warum läufst du denn so weit? Dann meinte er, ich will dir einen besonderen Dönerladen zeigen. Und dann sind wir da angekommen, war eine Riesenschlange. Ich sage, ey, dann bringst du mich hier hin, ich habe Hunger, hier ist eine Riesenschlange. Und dann standen wir da und dann meinte er, geh du mal rein und bezahl bitte. Im Vorfeld hat er die Bestellung da durchgeführt, bin ich da reingegangen, waren drei Leute hinterm Tresen und irgendwie fünf Leute in der Küche. Mein Bruder wusste, dass ich immer Trinkgeld gebe. Und dann meinten die acht Euro und dann habe ich zehn Euro hingelegt. Und was ist dann passiert? Dann sagen die, Trinkgeld, Leute, danke. Alle aus der Küche, danke. Ich habe gedacht, was passiert hier denn? Wieder diese Kleinigkeit, wenn sie sich bedanken. Und das ist der Grund, weshalb ich immer wieder dahin gehe. Und weshalb die auch erfolgreich werden. Wir leben in einer Zeit, wir leben in einer Zeit, gerade auch in der jetzigen Zeit. Es gibt auf der Welt, gibt es täglich zufriedene Kunden, die täglich ihren Anbieter wechseln. Hast du zufriedene Kunden, hast du ein Problem. Deine Kunden müssen begeistert von dir sein. Dann kannst du Empfehlungen generieren und nicht, wenn du zufriedene Kunden hast. Ja, ist so. Und manchmal macht es diese kleine Nuance aus. Richtig. Dieses kleine Stück Mühe mehr. Richtig. Ich kenne ja auch, also in Oldenburg sind ja auch Friseure en masse. Also du hast in einer Straße drei Friseure. Aber wenn du der eine bist, der das so macht, da gehe ich doch gerne hin. Dann gehst du da hin. Ja, dann wechseln meinen Friseur nicht mehr. Richtig. Und dann kann er auch mein Haarschnitt vielleicht das eine Mal sogar nicht so machen, wie ich es mir erhofft habe. Aber alleine diese Geste, das holst du dann nachher wieder raus. Hey, du kannst es dir nicht mehr erlauben. Ich war vor kurzem am Bodensee, da habe ich einen Vortrag gehalten. Und dann war ich um 8 Uhr morgens, stand ich vorm Rewe-Markt. Hatte Rewe-Markt, ich war der erste Kunde, hatte aufgemacht. Und dann laufe ich da entlang, laufe an den Kassen entlang und ich bin einer, ich grüße immer alle Leute. Und ich meine das auch ehrlich und herzlich. Meine Freundin sagt immer schon, hey, musst du so viele Leute grüßen. Ich laufe da entlang an den Kassen vorbei, gucke die an und sage, Servus. Und die gucken mich so an, so, ja, hallo. Und dann laufe ich weiter und jetzt kommt der Hammer, war ich in der Gemüseabteilung. Ich hatte richtig gute Laune. So, Morgen. Die so, Morgen. Und dann höre ich nur so, als ich weitergelaufen bin, ist das der neue Chef? So, weißt du, wo ich mir denke, ey, das ist einfach nur Freundlichkeit. Und das bekommen wir viel, viel zu selten. Aber auch dieses guten Tag sagen oder hallo oder so, das ist sowieso so wenig geworden. Richtig. Also wenn ich mal so fünf, sechs, sieben, lass es vielleicht auch zehn Jahre sein, in meiner Jugendzeit, ein kurzes Moin oder so, ging immer. Aber das ging immer. Immer weniger. Ja, richtig. Leider. Ja, es sind die Generationen, die nachkommen. Ich meine, wir sitzen hier an der Social-Media-Agentur, es ist alles digitalisiert. Richtig. Wir werden bombardiert von Werbeanzeigen, von Emotionen. Wir sind ja auf Dauerstrom quasi. Ja. Und können gar nicht mehr richtig abschalten. Ja. Das ist tatsächlich so. Das darf man nicht vernachlässigen. Ich habe mal gelesen, dass ein deutscher Bundesbürger bekommt im Jahr 155 individuelle Werbebriefe per Post. Und wir werden heutzutage selbst auf dem Weg hierher. Dein Unterbewusstsein nimmt so viel wahr. Wir fahren an einer Tankstelle vorbei, da ist Werbung. Wir fahren an einer Litfaßsäule. Überall ist Werbung. Das nimmt dein Unterbewusstsein. Du musst jetzt herausstechen. Und das ist deswegen auch das Thema. Du musst deine Kunden begeistern. Keine zufriedenen Kunden haben. Erzähl mal so ein bisschen, was aktuell bei dir los ist. Du sagst, oder du hast mir gerade eben schon, als die Kamera noch nicht antwortet, du bist viel unterwegs. Ja, richtig. Viel durch Deutschland und auch so Kamerasituationen und Studiosituationen sind dir nicht unbekannt. Richtig. Erzähl, was geht aktuell bei dir? Ja, in den letzten Wochen war ich viel in Österreich und auch in der Schweiz. Bis kurzem war ich noch für eine Unternehmensberatung tätig. Dort habe ich auch schon Vertriebsschulungen durchgeführt. Allerdings war dann die Nachfrage auch so groß, dass ich mich jetzt selbstständig gemacht habe. Cool. Und das Vertriebstraining selbstständig durchführe. Letztendlich auch die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Und dort habe ich einen Kooperationspartner. Das ist die Jürgen Höller Akademie. Die machen ganz große Seminare. Wir waren in der letzten Woche in der Münchner Olympiahalle. Da waren 10.000 Menschen. Die haben wir absolut begeistert in den zwei Tagen. Und davor bin ich Trainer beim Sales Bootcamp. Das ist das größte europäische Verkaufstrainingsseminar. Das geht über vier Tage. Von Mike Diersen. Dort habe ich ein Part, wo ich über das Thema Kontaktaufnahme und Bedarfsermittlung und auch zum Thema aktive Weiterempfehlungen spreche. Das geht vier Tage. Und da sind so im Schnitt 500 Teilnehmer. Wir waren jetzt vor kurzem in Schlappmingen in Österreich. Und das ist halt wirklich schon dann auch eine relativ, ich sage mal, große Bühne, wo man sich auch sehr intensiv darauf vorbereiten muss. Also es ist nicht so, dass man denkt, mir geht da rauf und man schnackt ein bisschen. Überhaupt nicht. Also die Wochen davor, das ist so die härteste Zeit. Vorbereitung und Nachbereitung macht so 50 Prozent von dem aus, was man dann da oben kommuniziert. Und das ist momentan ein sehr spannendes Thema. Und du hast es gerade angesprochen. Ja, auch mit den, ich habe jetzt in den letzten Wochen auch viele Videos aufgenommen für den Private Sales Club, was wir von der Jürgen Höller Akademie anbieten. Das ist momentan unheimlich viel, aber es macht echt verdammt viel Spaß. Und das ist jetzt auch der erste Anfang von was ganz Großem. Cool. Ja, erstmal Glückwunsch zur Selbstständigkeit. Danke dir. Dass du quasi auf eigenen Beinen jetzt los tigerst. Ja. Mega gut. Ich wollte nochmal so ein bisschen zurückkommen. Gerne. Weil ich meine, du hast das selber angesprochen vorhin. Schulzeit, du hast selber gesagt, oh, Hauptschule. Richtig. Dir wurde irgendwie gesagt, dass du nicht richtig sprechen und auch schreiben kannst. Genau. Das nimmt man als Jugendlicher oder als Kind, glaube ich, wahr. Und das nimmt man auch mit. War das so dein Ansporn auch zu sagen, okay, ich zeige es euch. Ich kann es auch anders oder war das was anderes? Ja, das war auch ein Ansporn. Das war halt, es war eine schwierige Zeit. Wie ich das anfangs erwähnt habe, war mein Vater mein absolutes Vorbild. Ich habe noch zwei ältere Geschwister. Und in dieser Zeit war es wirklich so, meiner Mutter ging es dann logischerweise nicht gut. Und dann bist du erst mal für einige Monate, für einige Jahre, hat es auch bei mir gedauert, bist du erst mal wirklich auf gar nichts fokussiert. Ich bin in der Schule, dann hatte ich drei Fünfe auf der Hauptschule. Ich bin nicht zur Schule gegangen. Und das war schon eine harte Zeit. Und mein Ansporn war wirklich der, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann ja eigentlich reden. Ich habe mich in meinem ganzen Leben immer an Menschen orientiert, die reden konnten. Weil Menschen, die sprechen, die werden immer vorgeschickt. Das ist so. Und die habe ich bewundert. Und das wollte ich auch. Und dann habe ich, ich habe immer bei mir zu Hause alleine im Zimmer gesprochen. Ich konnte auch gut reden. Aber wenn ich vor anderen Menschen stand, es hat eine Person gereicht, dann habe ich nie geredet. Und heute stehst du in Bühnen, wo irgendwie... Heute stehe ich und ich schule große, große Unternehmen, auch große Fußballvereine, Handballvereine zum Thema, zum Thema Vertrieb, um wie man letztendlich noch besser kommunizieren kann. All das, all das, Fynn, und das möchte ich auch ganz klar hier erwähnen, ist aber auch wirklich nur damit, weil dahinter, muss ich dir nicht sagen, du hast dich selbstständig gemacht, du hast hier viele Mitarbeiter, du bist 26 Jahre, du hast viel aufgebaut, auch mit Elvis zusammen, ziehe ich meinen Hut. Und ihr wisst es am besten, ist nur damit verbunden, das klingt so plakativ, es ist aber so, geh die Extrameile. Ich habe damals ganz, ganz viele Schulungen kostenlos gehalten. Und viele meiner Freunde haben gesagt, sag mal, spinnst du, du fährst auf eigene Kosten nach München, nach Berlin, investierst 200 Euro, um deinen Input, um deinen Content zu geben. Ich so, ja, das mache ich. Einfach aus dem Grund, und das gebe ich auch jedem Coach, jedem Startup, jedem Unternehmer, gebe ich das mit. Gib erst mal ein bisschen. Um dann zu nehmen. Gib ein bisschen, um dann zu nehmen. Sammel Referenzen, sammel gute Bewertungen. Und irgendwann, ich habe jetzt die letzten Jahre, ich war nur, ich war nur am Säen. Und jetzt ernte ich. Und da kann ich mich jetzt gar nicht mehr gegen wehren. Das ist so. Ich hatte mal ganz kurz dazu, hatte ich nämlich eine Situation, da bietet ein Bekannter von mir, den schätze ich auch sehr, der bietet für Fitnessstudios Personal-Pakete an, wie die von bestehenden Mitgliedern mehr Umsatz machen. Und da meinte ich, hey, hast du irgendwelche Referenzen? Da meinte er, nee, habe ich nicht. Und er wollte für dieses Paket 8.000 Euro haben. Und da meinte ich, weißt du was, ich öffne dir an einem Studio die Türen. Die haben 15 Studios. Habe ich ihm die Tür geöffnet. Er hat sich mit dem Unternehmer zusammengesetzt. Und der Unternehmer meinte nur, pass mal auf, finde ich gut. Ich glaube, da kann was Großes werden. Aber tu mir einen Gefallen. Schuhe mal bitte meine Mitarbeiter eine Dreiviertelstunde, um einfach zu sehen, ob das passt. Und was hat er gesagt? Nee, mache ich nicht. Ich will entweder, ich will jetzt nur das volle Paket und dann die 5.000 oder 8.000 Euro. Wo ich auch gesagt habe, ey, bist du blöd? Du hättest einfach eine Dreiviertelstunde Stunde da investieren können. Dann hast du eine Referenz. Dann hast du eine Referenz. Und diese Referenz, die vermarktest du. Auf 15 Studios. Ja, auf 15 Studios, ganz genau. Und dann kann er sagen, ey, ich habe 15 Studios erfolgreich gemacht, dir mehr Umsatz gemacht. Und das will ich nur einmal kurz damit sagen. Also geht da wirklich die Extrameile und gibt erst mal. Und dann letztendlich, dann kannst du auch nehmen. Aber vorher nicht. Nee. Also das fühle ich komplett, total. Wir natürlich auch. Wir machen uns irgendwie in einen Bereich selbstständig, den es schon gibt. Wir sind kein Unternehmen, was jetzt irgendwie sich neu erfindet oder irgendwie neu auf dem Markt ist. Ich meine, Social Media Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, gibt es, wie gesagt, am Meer. Und dann heißt es natürlich am Anfang, wie du sagtest, erst mal die Extrameile gehen und was geben. Um dann nachher zu nehmen, wir sind auch bis spät abends irgendwie rumgefahren und haben gebettelt, mal drei Monate Social Media umsonst zu machen. Wo wir uns jetzt natürlich die Arme über den Kopf zusammenbrechen würden. Ja, klar. Aber das ist am Anfang so. Du brauchst Referenzen, weil auch genau das haben wir auch immer gehört. Wir sind in das Unternehmen rein, auch kalt. Und gesagt, hey, das sind wir. Und ja, cool, okay. Habt ihr Referenzen aus der Branche? Und wir haben dann so, hm, so, hm, nee. Und dann so, ja, dann machen wir es nicht. So, und dann sind wir irgendwann auf den Trichter gekommen, okay, wir müssten mal vielleicht aus den verschiedenen Branchen erst mal Referenzen vorweisen können. Und lass es einen Monat sein. Lass es einen Workshop sein. Lass es irgendwas sein. Aber du kannst irgendwas nachweisen. Kannst sagen, ja, guck mal, wir hatten hier mal einen Termin. Da gibt es auch Fotos von, ein Video vielleicht. Genau. Oder sogar im besten Fall einen Social Media Kanal, wo du sagen kannst, ja, das haben wir die letzten drei Monate aufgebaut. Die haben durch uns irgendwie 200 Follower mehr und mehr Umsatz gemacht, weil wir das Produkt in den Vordergrund geschoben haben. Ganz genau. Und das war so der Game Changer nachher auch. Ja. Ja, und deswegen fühle ich das total. Mega. Ja. Muss man für bereit sein. Ja, voll. Anders geht es nicht. Was ist bei dir in Zukunft noch geplant? Also wo soll die Reise hingehen? Spezialisierst du dich auf was oder was ist da geplant? Also ich meine, du bist sowieso sehr spezialisiert auf einen Bereich. Ja, ganz genau. Also du musst dich in diesem Bereich spezialisieren. Es reicht nicht einfach zu sagen, ich mache jetzt Verkaufstraining. Ich habe für mich einen Weg gefunden, was ich seit vielen Jahren erfolgreich umsetze. Das ist das Thema aktive Weiterempfehlung und wo halt auch wirklich viele Unternehmen Bedarf haben. Also das ist mein Schwerpunkt. Und mein Programm oder es ist aktuell so geplant, dass ich natürlich, ich sage mal jetzt auf der großen Bühne noch mehr Erfahrungen sammle, mehr Parts übernehme. Und letztendlich, und das ist mein großes Ziel, auch das Thema aktive Weiterempfehlung, dann auch mein eigenes Seminar habe, was dann über vier Tage geht. So ein Programm zu entwerfen, das ist viel Arbeit. Aber da bin ich momentan dabei. Ich bin jetzt auch momentan dabei, ein Online-Programm zu haben, zu entwickeln, was dann online durchgeführt werden kann. Und das sind die nächsten Schritte. Cool. Ich knüpfe da mal direkt einmal an. Gerne. Weil wir sind es nicht umsonst in einer Social-Media-Agentur, wenn wir nicht über Social-Media sprechen wollen. Gerade in deiner Branche, wo du tätig bist, wie wichtig ist Social-Media da? Mega wichtig. Sieht man ja auf meinem Instagram. Ich habe da noch gar nichts. Ich habe mir jetzt mein Logo natürlich entworfen. Das Thema ist absolut wichtig. Ich habe das gesehen, als ich jetzt meine Vorträge gehalten habe. Das war Wahnsinn. Das hatte ich so noch nie. Da hatte ich mein Instagram-Konto noch auf Privat. Und auf einmal hatte ich nach meinem ersten Vortrag 35 Nachrichtenanfragen. Ich so, was ist hier denn los? Und dann, ey, Tore, haben wir Vortrag. Dann habe ich gemerkt, ey, ich so, ey, du musst eigentlich noch mehr damit arbeiten. Und dann hat auch die Jürgen-Hörler-Akademie gesagt, Tore, das Erste, was du machst, erst mal dein Konto öffentlich stellen. Und jetzt immer mal wieder Content und Storys machen. Immer mal wieder. Muss man sich auch erst mal dran gewöhnen, wenn man so in die Kamera spricht. Ist für mich aber jetzt ein Thema, was absolute Priorität hat, da in die Offensive zu gehen, weil ich merke, Bedarf ist da. Weil ich merke, ich bekomme da eine gute Rückmeldung. Und weil ich darüber dann letztendlich auch weitere Kunden gewinnen kann. Ich glaube, du baust auch um deine Person eine Personal Brand auf. Richtig. Das ist, glaube ich, das, was nachher auch entscheidend ist, was so Experten ausmacht. Und wir sagen auch immer zu Unternehmen, aber auch genauso zu Personal Brands, es ist deine digitale Visitenkarte. Heutzutage gibt es auf Messen nicht mehr deine Visitenkarten. Also wird immer noch gemacht. Aber wir empfehlen, zeig doch mal dein Instagram-Profil. Hammer. Wenn das gut gepflegt ist, kannst du es machen. Wenn da halt Coder-Welch ist oder es gar nicht gibt, dann spricht man so, warum macht der denn kein Social Media? Warum zeigt er sich nicht? Und die Leute triggern ja darauf, die wollen ja quasi hinter die Kulissen gucken. Auch auf so eine Veranstaltung. Die wollen ja wissen, was ist denn im Vorfeld passiert. Dann fühlen die das auch. Okay, krass, so eine Veranstaltung ist nicht nur hinkommen, coole Zeit haben, wieder abhauen und ich habe Wissen mitgenommen. Richtig. Da reisen Speaker an, da wird eine Veranstaltungstechnik gebraucht, da wird die Messe vorbereitet, auch Nachbereitung, die Leute mal mit auf so eine Reise zu nehmen. Ja, ganz genau. Und das ist auch wirklich das Spannende, was dahinter steckt, auch mit dem Team. Beispielsweise so ein Sales Bootcamp, wo jetzt 500 Teilnehmer sind. Da sind dann auch, ich sage mal, zehn Mitarbeiter mit dabei, die Tontechnik machen, die dann Social Media machen, die sich um Catering kümmern, um die Teilnehmer vor Ort. Also was dahinter steckt, auch als Referent, die Vorbereitungszeit, das sieht man auf der Bühne gar nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Und das war nochmal ein guter Hinweis von dir. Das werde ich auf jeden Fall dann auch so umsetzen. Ja, definitiv. Und auch das, die große, jetzt ist so ein Learning für alle, ist der Clou an Social Media ist eigentlich nicht, ich gebe jetzt Vollgas zwei Monate oder drei Monate, sondern es ist diese Beständigkeit. Du musst immer stattfinden. Und das ist für viele auch ein Problem, weil sie dann keine Content-Ideen mehr haben. Auch große Unternehmen, Konzerne, die ihr eigenes Marketing-Team haben, lass es 15, 20 Leute sein, die sich nur darum kümmern. Bei denen gehen irgendwann die kreativen Ideen auch aus. Und dann klopfen sie bei uns an der Tür und sagen, ey, ihr seid junge, motivierte Leute, haut mal ein paar Ideen raus. Und dann kommen die aus ihrer Bubble ein bisschen raus und holen uns so ein bisschen mit rein. Das merken wir auch immer wieder. Glaube ich. Also sich einen neuen Input zu holen, das ist ganz wichtig. Und halt konstant wirklich zu liefern. Konsequent, ganz genau. Es hat mal, Andi Beuerlein hatte mal zu mir gesagt, ein Kollege, den ich sehr schätze, der auch viele gute Vorträge hält, der hatte mal zu mir gesagt, Tore, entweder ganz oder gar nicht. Nicht so ein Zwischending. Ganz genau. Ist wirklich so. Hast du, oder findest du außerhalb Instagram auf anderen Plattformen noch statt oder konsumierst du irgendwas anderes, wo du sagst? Ausschließlich Instagram. Ausschließlich Instagram. Also ich bin auch bei Facebook, hab da auch relativ, hab ich letztens mal gesehen, weil ich wollte es löschen, hab ich gesehen, ich hab da fast 3000 Freunde, aber ich nutze es nicht. Und Facebook ist für mich auch so ein Tool geworden, wenn ich mich da anmelde, wenn ich mir, wenn ich zwei Minuten oder drei Minuten bei Facebook bin, irgendwie geht es mir danach schlechter. Weil die Kommentare da, ob das jetzt bei Tagesschau ist oder so, ich nur negativ. Hey, das machen so viele Menschen, machen immer einen Fehler, morgens soziale Medien, erstmal Facebook und dann schienen die morgens auf und denken, ey, irgendwie geht es mir nicht so gut. Und wie willst du dann gut in deinem Verkaufsgespräch starten? Ey, das geht nicht. Also Facebook ist für mich wirklich No-Go, bin ich fast gar nicht mehr. Also ausschließlich Instagram, wo ich bin, ja. Wie ist es mit LinkedIn? Nutzt du LinkedIn oder gar nicht? Nein. Auch nicht? Okay, rein Instagram. Ja, und das ist auch, wie gesagt, das war eine Zeit lang mehr privat und jetzt wird es halt auch geschäftlich. Ja, wichtig. Ja, okay, cool. Spannend, ja. Ja, definitiv. Das ist so. Ja. Ich meine, wir verfolgen das Game ja auch und wir sehen auch so, dass so junge Medien wie TikTok, ne? Das geht gerade auch total durch die Decke. Ich meine, auf einem TikTok, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast, der war auch in den Medien, Herr Anwalt. Kennst du das? Habe ich schon mal gehört. So. Aber der Typ ist lustig. Ja, genau, ne? Das ist ja mega. Anwalt und ein ganz stumpfes Thema eigentlich, so trocken und langweilig. Ja. Aber er bringt das auf einer Plattform, wo eigentlich eine super junge Zielgruppe ist, einfach spielerisch rüber. Und seine Themen bringt er einfach in der Zielgruppe schon bei, die so sagen, okay, cool, okay, ja, wir feiern dich. Und du bist jetzt Anwalt, aber eigentlich bist du irgendwie was Uncooles. Du bist Anwalt, aber irgendwie bringt er das geil rüber. Mega gut. Und er hat sich eine krasse Community aufgebaut, ne? Stark. Der hat irgendwie drei Millionen Follower auf TikTok. Wahnsinn. Also das muss man sich mal überlegen. Drei Millionen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ein Recht. Wie viele Hallen du damit füllst. Den Kontakt musst du mir gleich mal geben, Herr Anwalt. Ja, spannend. Sehr schön. Genau. Wir stellen unseren Gästen eigentlich für den Start immer eine Frage, eine Starterfrage. Die würde ich dir jetzt gerne so Richtung Schluss stellen. Gerne, sehr gerne. Was macht dich konkurrenzlos? Ganz klar, das ist ganz klar das Thema, was ich habe. Das ist das Thema aktive Weiterempfehlung. Das gibt es auf dem Markt, da gibt es wenige Trainer, die über Jahre in diesem Bereich sich ganz klar positioniert haben und das auch in der Praxis regelmäßig und konsequent umgesetzt haben. Ich habe mit unheimlich vielen Unternehmen einen deutlich höheren Umsatz und Wachstum beschert und das ist ganz klar ein Thema, was mich konkurrenzlos macht, zu 100%. Sehr cool. Ja. Tore. Weitere Punkt. Jetzt kommt's. Weitere Punkt. Kalterquise. Kalterquise. Oh, gutes Thema. Das müssen wir noch mitnehmen. Ganz kurz. Das ist ein Thema, was mich auch konkurrenzlos macht. Okay. Macht. Ich sage dir warum. Ich habe vor einigen Wochen, beispielsweise ich liebe Kalterquise, ich liebe es, ich sage immer, wer die meisten Neins kassiert, der gewinnt. Warum? Weil er hat die meisten Leute angerufen. Und ich habe vor kurzem, ich orientiere mich immer an eine Methode, wenn ich akquiriere. Das ist Problem erkennen. Also ich erkenne das Problem vom Unternehmen. Problem ansprechen. Ich habe die Lösung. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich mir die Umsatzlisten der Fußballvereine, der Bundesligisten, habe ich mir angeschaut. Und dann habe ich einen Verein mir mal ganz genau angeschaut. Und ich habe gesehen, dass er in den vergangenen drei Jahren einen Umsatzverlust, ich glaube von 50 Millionen hatten. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe sehr hochwertiges Briefpapier genommen, habe einen guten Füller genommen und habe geschrieben, sehr geehrter Herr Punkt, 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 Punkt. Ich habe ein System entwickelt, wie Sie von jedem Sponsor weitere hochwertige Kontakte generieren und dadurch mehr Umsatz generieren. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten dieses System. Das bedeutet für Sie mehr Umsatz. Möchten Sie mehr Umsatz. Das habe ich in einem Kuvert gepackt. Und dann habe ich das per Einschreiben und Rückschein ganz hochwertig dahin geschickt. Eine Woche später hat mich der Sponsorenleiter angerufen und hat gesagt, ey, Herr Friedrichs, wir brauchen Sie für eine Schulung. Habe ich kostenlos angeboten dort. Ich darf den Namen leider noch nicht erwähnen, aber ihr könnt mir bei Instagram folgen. Da darf ich das in zwei Wochen. Und es ist ein Fußball-Bundesligist in der ersten Liga. Und die habe ich dann geschult. Und letztendlich ist das so eine Methode nochmal oder eine von vielen Methoden, die ich jetzt in den letzten Jahren auch entwickelt habe, dass die Kaltakquise unheimlich viel Spaß macht. Man muss dafür, glaube ich, auch, also ich habe es auch, ich probiere es auch immer mal wieder, einfach mal kalt irgendwo reingehen. Also das ist ja nochmal was anderes, als jetzt irgendwo einen Brief wegzuschicken und dann mit Telefonen hinterher. Aber wirklich einfach straight in den Laden reinzugehen, das muss man einfach mal machen. Auch vielleicht ohne Grund. Also man muss nicht mal dafür selbstständig sein. Einfach mal zu probieren. Einfach mal reinzugehen, ins Gespräch zu gehen. Und da gebe ich noch einen persönlichen Tipp mit für Menschen, die ja ein Problem damit haben, generell Menschen anzusprechen oder auch eine Kaltakquise zu machen. Die sollen mal Folgendes machen. Die sollen mal einen Tag lang zehn Personen, einfach mal fremde Personen anlächeln. Einfach nur mal anlächeln. Und die glauben gar nicht, was da für ein Feedback bekommt, was für ein Lächeln zurück. Und am zweiten Tag machen die Folgendes. Zehnmal lächeln und zehnmal einer Person eine Frage stellen. Zum Beispiel, hey Finn, ich bin zu Besuch hier in Oldenburg, kannst du mir sagen, wo ich, oder nicht Finn, ich kenne dich ja nicht, kurze Frage, kannst du mir sagen, wo ich hier in Oldenburg gut essen kann? Ich bin zum ersten Mal in Oldenburg oder wie auch immer. Das dritte Mal. Am dritten Tag machst du zehnmal Lächeln, zehnmal eine Frage stellen und zehnmal ein Kompliment machen. Einfach zu sagen, übrigens, ich wollte dir noch einmal kurz sagen, du hast echt eine schöne Mütze oder wie auch immer. Weil was passiert dadurch? Das ist ein Trainingsprozess. Man geht aus der Komfortzone raus und man lernt, andere Menschen anzusprechen. Und das ist heutzutage nochmal ganz, ganz wichtig. Auch Menschen ein Kompliment machen. Das will ich zum Ende nochmal sagen. Weil wir leben in einer Zeit, leider, leider, wo momentan eine negative Stimmung herrscht und wir können uns damit abgrenzen. Menschen sehnen sich nach Menschen, die, ich sag mal, die eine positive Ausstrahlung haben. Ich umgib mich nur mit Menschen, die mich stärker machen. Weil, kennt ihr solche Menschen oder kennst du solche Menschen, du unterhältst dich drei, vier, fünf Minuten mit denen und du fühlst dich danach komplett ausgesaugt. Trenn dich von solchen Menschen. Trenn dich von solchen Menschen. Auch wenn du sie im Privaten hast oder im Beruflichen. Ich stelle mir das schlimm vor, in so einem großen Büro, welches ihr habt, wenn ihr zwei Mitarbeiter sind und ihr kommt vom Wochenende. Und wie war dein Wochenende? Scheiße, alles Kacke, Montag. Ey, auf einmal, nach drei, fünf, die Leistung, die Leistung, die wird auch komplett, auch bei den anderen Mitarbeitern, nicht auf 100 Prozent sein. Also nochmal, das möchte ich euch ganz klar nochmal sagen, trennt euch von den Menschen, die euch die Energie saugen. Und ein Veränderungsprozess tut immer weh. Ein Veränderungsprozess tut immer weh. Aber letztendlich muss man denken, ey, wo stehe ich dann in ein bis zwei Jahren? Und diese langfristige Perspektive zu haben. Und die macht euch erfolgreich auch im Thema Vertrieb. Geil, das waren nochmal geile Abschlussworte. Ja. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und uns mal so einen Einblick in deine Tätigkeiten und deinen Lebenslauf gezeigt hast. Sehr gerne. Das war sehr, sehr spannend. Super. Und ja, vielleicht machen wir so einen 2.0 nochmal. Ich würde mich freuen. Wenn du jetzt anfängst mit Instagram, wir werden dich beobachten. Ja, ich bin gespannt. Von den einen oder anderen, die dich auf der Liste haben, ne? Mega. Sehr schön. Prima. Besten Dank, ja? Danke dir. Also, bis dann.